Ich erzähle Ihnen von den schlimmsten 15 Minuten meines Lebens. Mit diesen Worten leitete Julian Breitenecker im Jahr 2011 seinen Pitch bei Höhle der Löwen, einer Investorenshow, ein. Er berichtete, wie er seinen zweijährigen Sohn Ben aus den Augen verlor. Dieser tauchte zwar wieder auf, aber der Schock saß so tief, dass ab dem Moment all seine Zeit sein gesamtes Geld in die Entwicklung eines Gerätes steckte, mit dem man Gegenstände, Tiere, Menschen orten kann. Breitenecker konnte damals die Investoren für sich gewinnen. Und wer deren Reaktion in der Sendung beobachtet hatte, dem war klar, nicht die technischen Fakten oder die Aussicht auf hohe Gewinne hatten sie überzeugt, sondern das Gefühl, das Breitenecker mit seiner Geschichte ausgelöst hatte. Ja, und das ist genau die Funktion von Geschichten. Geschichten initiieren Entscheidungen. Sie tun das, weil sie anders als rationale Fakten auf unsere Emotionen abzielen. Die moderne Gehirnforschung geht mittlerweile davon aus, dass praktisch alle Entscheidungen emotional gesteuert werden. Zudem, Geschichten erklären Dinge. Sie stoßen beim Zuhörer Denkprozesse an und führen zu Einsichten, die mit einer Aneinanderreihung von rationalen Inhalten nicht gewonnen worden wären. Und das hat in erster Linie mit unserer Evolution zu tun. Früher, in der Urzeit der Menschheit, gab es keine Archivierungsmöglichkeiten. Wissen wurde in Form von Geschichten weitergegeben. Und das ist uns bis heute geblieben. Zu Geschichten fühlen wir uns hingezogen, von abstrakten Tatsachen abgestoßen. Wie können Sie diesen Effekt im Verkauf für sich nutzen? Zwei Gesprächsphasen sind besonders geeignet. Phase 1. Das erste Kennenlernen. Erzählen Sie spannende Geschichten über die Entwicklung Ihres Unternehmens oder über sich als Berater oder Beraterin. Zweite Gesprächsphase. Die Präsentation Ihrer Lösung. Anstelle einer Aneinanderreihung von Fakten berichten Sie, wie Sie mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung das Problem eines Kunden lösen konnten. Ja, und damit lösen Sie Emotionen aus. Diese sind letztlich entscheidend für eine positive Kaufentscheidung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020